Gefühle, so begrenzt und eingelebt wie stecken geblieben, inmitten einer rauen See aus tobenden Gezeiten. Heilige Frauen mit Hirschgeweih und Eselskörpern von Pfeilspitzen durchbohrt, Blumen, Kolibris, Totenköpfe, eingerahmt und Wand platziert, über mir ein Glas Palast und Morgenröte, Suki Waterhouse läuft alleine in die Wüste, ich schaue mir alles an, wach und wachsend lasse ich mir Zeit, Schwarz, Gelb und Pink müssen Stühle sein, hier kann man Bäume nur durch das Fenster sehen, im Garten psychisch labile, die grillen und mit der Warnblinkanlage spielen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020